Wir sind hier bei der KRONES Akademie auch auf der Rau vertreten und möchte noch ganz kurz vorstellen, was wir jetzt hier ganz neu in unserem Schulungsprogramm anbieten dürfen. Und zwar ist es das Programm zum KRONES Automation Engineer mit Kursinhalten zur Steuerungstechnik wie zum Beispiel Step 7, Zenon oder B&R. Und um das Kursprogramm abrunden zu können, bieten wir jetzt hier unser KRONES Automation einen Engineer Notebook an, mit dem die Kursinhalte umgesetzt werden können. Das Ziel soll einfach sein, nach der Schulung sofort loslegen mit dem Gelernten und das Equipment dabei einzusetzen und sinnvoll zu verwenden.